Komm, 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 hier rein, hier rein, hier rein. Boah, F**k, der hat mich aber auch gut getroffen, der Pana. Ich glaube, ich hatte ihn auch nochmal getroffen. Aber der hatte uns auch nochmal ordentlich wehgetan. Ja gut, ihr seid ja schon dran. Komm, schnell, wir müssen schneller sein. Okay, Rot hat wieder aufgeräumt, sehr schön. Schüsse. Ich mach dir den Lacks auf. Hey, Kumpel. Haben wir uns drum gekümmert. Selber schuld. Wir laufen natürlich durch, am Ende nehmen wir alle fest. Was möchtest du da schnell machen? Nein, nicht zu machen. Mach das Ding sauber. Ja, jetzt. Sehr schön. Alles gut, ich mach auf. Das kann ich. Die Gasgranate geht da lang. M2. So, je weiter das. Sorry. Kannst du da nix für. Aber Mann. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Haben wir alle? Nein. Dann machen wir den einen schießwürdigen da noch. Okay, komm. Ich guck mal kurz unten drunter. Ja, genau. Da ist er noch. Rein, da. Komm. Dann geht blau weiter. Was? Ich guck mal. 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 Und gut zu gehen. Was? Oh, aber nicht netter. Scan that threshold. Was ist denn? Ich guck mal. Ich guck mal. Ich guck mal. Blue. Blue. Ist red gerade. Blew in und clear it. Ready. Blue team. Da kann ja niemand so sein. Ne? Arsch voll Glück habt ihr. Oder er hat einen Arsch voll Glück. So, rein da. Ja. Dankeschön. Und der hat das gut gemacht. Da waren wir schon. Okay. Ich guck nochmal hier in Ruhe, weil er war ja so ein Schießwütiger. Mal gucken, ob wir den Schießwütigen noch finden. Okay, pass auf. Wir machen das so. Wir laufen mit Rot. Okay. Blau. Blau executed. Rot wartet noch. Was machst du denn da? Junge. Oh, ich krieg gerade so's Kotzen wieder, ne? Schön. Anlagt. Okay. Gib mal ne. Ah, anlagt. Bäh. Alle. Hat er einen erwischt. Alles wuscht. Oh, ich hab hier noch was. Asimov. Go. Evidence. Zipped up. Making it same. Ok, wen haben wir hier? Den hat sie erwischt. Haut mal die Tür auf und dann gehen wir weiter. Ciao mit... Au, öh, whatever. Au, das hat selbst mich getroffen. Nicht so nett. Hier war einer mit ner Waffe gewesen eben. Gibt es da noch irgendeinen? Nein. Es gibt hier noch einen Dude, der hier irgendwo rumrennt. Ich guck blau zu. Aha. Steh auf und ich knall dich ab, Alter. Ja, selber schuld. Stehst du auf. Du hast eben die Chance deines Lebens gehabt, Alter. Gehen wir alle? Nein. Er hätte eben sein Glück mit seinem... Also, er wäre jetzt festgenommen worden und dann hätte es sich auch geklärt. So, wisst ihr, was ich meine? Aber der wollte unbedingt die Schießerei haben. Und er hat sie bekommen. In der unmöglichsten Variante, die es gibt. Da war ja noch einer. Ja. Bruder, das war nicht gerade klug. Weil wir wissen, dass auf dem Dach noch ein Typ ist. Wir gehen unten ran. Mhm. Kann ich mitnehmen? Wir sehen mal den ganzen Komplex hier. Da ist noch der andere. Den habe ich auch noch weggehauen. Die arme Nase. Der hat es auch nicht mehr so schön gehabt. Oh, wie schön ist Panama, hat er denn nur noch gesagt. Hach, der ist auch noch nicht restrained, ha? Gut. Jaa. Die Lime-Roller? Was meinst du mit Lime-Roller? Irgendwo ist der Typ. Oh, sorry. Komm weiter, 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 weiter. Ach so. Ich weiß nicht, was du meinst. Das musst du mir gleich sagen. Komm weiter. Dreh dich um, Kumpel. Mir fehlt noch mindestens ein Böser, hm? Ne, werden alle. Oh, ich wollte gerade das Security Area machen. Naja, egal. Schade. Direkt um gewesen. Glaubst du gar nicht. Ja gut. Einmal eine blöde Granate geworfen. Komm. Ach so. Die. Ach so. Die. Die gibt es immer wieder. Ja, ja. Ähm. Ich glaube in irgendeinem. Ich glaube in einem Hauslevel, also wo es ein Wohnhaus gab oder so ein Wohnblock, da gab es die auch. Da gab es die auch. Ich meine mich zu entsinnen. Also dann gucken wir mal. Was ist das nächste? Ah, die Mission. Oh ja, die ist so traurig. Die hat eigentlich so eine richtige Dramatik, weil es einfach um Jungs geht, die, ja, die einfach, ähm, wie soll ich sagen, Waffen dealen wollen. Ich fand die Geschichte toll, also traurig es ist. Und bei dem hier, da, da können wir die auch so kriegen. Da müssen wir niemanden auf lange Entfernung abknallen. Oder ernsthaft töten oder so, wisst ihr. So, dann gibt es hier noch eine Beanbag. Und dann gibt es hier noch eine VKS. Warte mal. Ich führe die Lampe hin. Zack. Dann gibt es bei Charlie auch nochmal eine Beanbag. So, und dann gibt es bei Delta nochmal eine VKS. So, und dann kriegen wir die relativ schnell Probleme los. Zack. Hoffentlich. Ich weiß nicht, ob es beim ersten Mal direkt gut geht. Ich glaube beim letzten Mal liest es beim ersten Mal direkt gut. Mal gucken, ob es hier gut läuft. Und los geht's. Jihah. Oh, puh. Muss zugeben, ich finde es schön, dass hier nebenbei... Ich finde es übrigens sehr schön, dass es... ich finde es schön, Tablet nebenbei zu haben mit dem Stream quasi. Oh ja. Ich merke, es gibt einen kleinen Bug. Ich darf nicht von Statistiken zurück aufs Game, also auf das Video gehen. Sonst war es irgendwie weird. Aber ist gut. Gefällt mir. Okay. Sichert mal. Die kriegen wir noch. Wir wissen niemand. Wir gehen oben rein. Wir wissen, dass hier jemand wahrscheinlich wieder drüber sein wird. Nein. Okay. Mirrored mal. Und dann gucken wir mal weiter. Na. Oh. Bewegung. Oh. Door is unlocked. Door is unlocked. Und... Guck mal mit nem Videoskop durch. Was ist mit dem los? Da. Na ja. Rechts und links. Sag an. Was ist drunter? Got some openings. Looks good. Open and gas and clear. I'm good to go. Da drinne. Oh. Schneller rein. Entry denied. Go. Provide Support. Right with you. Okay. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Wir gehen Ort für Ort durch. Scan that threshold. Shit. All good here. Komm rein. We should check everything. Don't take this any further. You're down on your knees. Turn around. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. I'll get the bed. You know. My parents have nothing to do with this. We have nothing to do with this. We have been around the talk. Talk to your neck. Great work, entry team. Ebeneck, quickly go ahead! I've been out some benders in my day. This guy's given up cheaper than ... How much you need, alter. So. Wir versuchen Gemeinsam nach und nach rein zu gehen Wir haben noch ein paar Oh, da vorne ist auf Okay, Vorsicht, 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 Vorsicht Rein da Geht rein Na, den hat's Komm, komm, dreh dich um, Junge Okay, den haben wir Okay, wir gehen Wir haben Rot hinter uns Wir teilen uns gleich wieder auf Und gehen wieder in unterschiedliche Ecken Da unten ist noch jemand Passt nur auf euren Rücken auf Dann rein Rein Alles gut Die Dame wird Blau hat sich gut Hat sich gut gemacht Die arme Oma, Alter Mach das dumme Dinge auf Mit ner Ramme Nein, 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 nein Mit ner Ramme, bitte Ja, legt ja dat Ding hin Na, ist gut, da ist niemand mehr Mach hier die Tür zu Der ist irgendwo hier lang gelaufen Hast du ihn? Hast du ihn? Holt den nächsten Den hat's umgehauen Ich glaub, den hat's getötet Na, sorry, Junge Keiner hatte ne lethal Waffe dabei Okay Okay, das war wohl ein Unfall Der hat ein Messer gehabt Aber da direkt Warte ich um Armer Junge Okay, jetzt haben wir alle Hunter and Clear Geht da mal rein Guckt mal nach Wir finden noch ein paar Sachen Wir müssen noch irgendwelche Zivilisten finden Was sind wir denn hier? Jetzt jemand Closet ist zu Die haben aber auch angefangen mit 3D-Druckern, ne? Das ist ja nicht mehr schön Und, wie sieht's aus? Wolltet ihr hier durchkommen? Oder habt ihr nicht so Bock gehabt? Gold Oh, okay Puh Ja, haben wir ein bisschen viel rumgefeuert Die beiden, ne? Man muss sich das aber auch überlegen Die haben's schön gehabt jetzt, ne? Im Nachhinein Red Team Move in and clear Get the door and move in Ready Ready Eine Eemplar